Der Arbeitsmarkt in Deutschland befindet sich weiter in guter Verfassung. Im Juni 2018 gab es in Deutschland 44,7 Millionen Erwerbstätige. Das ist der höchste jemals in einem Juni gemessene Stand. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Erwerbstätigen um 1,3 Prozent. Erwerbslos waren im Juni 1,5 Millionen Personen, 61.000 weniger als vor einem Jahr. Die Erwerbslosenquote sank damit auf einen Rekordtief von 3,4 Prozent.